Da habe ich überhaupt keine Antwort parat für das, weil es so super läuft. Es läuft ausgesprochen gut, also ich bin schwab begeistert. Momentan läuft das noch dann. Eigentlich funktioniert es super, weil so viele Leute schon wieder da sind, die mithelfen. Und das ist eigentlich nicht das Wichtigste für uns, eh klar, und somit haben wir immer helfende Hände, egal wo man hinschaut, und dann hat man alles gleich viel schneller erledigt. Und das Wetter spielt auch mit, Gott sei Dank, also das haut gut hin. Es läuft super, alles ist im vollen Gange, wir sind sogar vor dem Zeitplan. Ich weiß gar nicht, was wir nachher noch machen sollen, man sieht es im Hintergrund, wir sind in Kürze mit dem Zelt fertig, ein paar Bereiche stehen schon, das heißt morgen dann das Finale, ein paar Sachen noch liefern, in Einkauf holen, das Ganze drumherum, alles was man so vergisst, noch schnell organisieren und dann können wir eigentlich losstarten. Wie organisiert man sowas? Man hat einen Haufen freiwilliger Helfer, wie man es im Hintergrund auch sieht hoffentlich. Es sind jede Menge Leute dabei, die was das taugt, die was einfach die Stimmung ein wenig mitkriegen, die was sich für das einsetzen und die helfen einfach, dass das Ganze entsteht und im Vorfeld gibt es ein paar Sachen zum Ausmachen, zum Checken und das funktioniert eh ganz gut und der Stress kommt eh erst zum Schluss zum Aufbauen und dann läuft es oder läuft es nicht, dann wie man halt sieht, läuft alles super und ja, das ist jetzt ja spannend, weil eigentlich kriegt alles irgendwo eine Eigendynamik, jeder weiß seinen Handgriff, jeder weiß ungefähr was zu tun ist, wir haben ein bisschen Erfahrung, haben wir schon nach zehn Jahren und so läuft es dann. I'm still the same Still wasting thoughts on stupid things I'll never know what this life may bring Fuck I am so dirty I'm full of lust I am so dirty I'm doing lust I am so dirty There's not enough No, I am satisfied I am so dirty I'm full of lust I am so dirty I'm doing lust I am so dirty There's not enough No, I am satisfied